Uuuuuhhhhhh Ja, wir wieder da, Runde 2 Diesmal auf der Karte, wie hieß die, Sabbalan Pipeline oder so? Ja, irgendwas mit Es und Abbalan Könnte auch schon Abbalan sein So ähnlich im Winter diesmal mit Schnee und Eis und Bäumen mit Schnee und Eis Und, ja, es sieht schön aus, relativ Wo sind denn hier die Schnee und Eis Verkäufer? Die sind weg Das ist blöd Er hat grad Lust auf Schnee und Eis Ah, cool Wo soll er hin? Ich hab ihn grad verloren Ah, da ist er Ne, das ist auch meine, aber ist egal, den nehmen wir auch Ich bin den irgendwie bisschen hinten rein geflogen, aber das macht ja nichts So, erster Kill Läuft, ne? Ach, dann könnten wir, ah, dann nehmen wir gleich mal den hier vor uns Ach, ja, ne Grassy S247 ist in mich reingeflogen, ärgerlich Na komm, flieg hoch Wie viel ist denn hier auf dem Server? 24 waren's glaub ich Ja, das ist nämlich bei Luftüberlegenheit immer das Problem, wenn man da auf so 32 oder 64er Server ist oder 48er, man kriegt einfach kein Flugzeug, weil die sind nämlich auch nur begrenzt verfügbar Da müssen die von dem Server einfach die Spawnraden ohne sitzen, dann würde es doch... Ach, ne Würde nicht gehen, weil es gibt ja nicht mehr Flugzeuge Ja, das stimmt Ja, das ist ja Naja Ist halt... Ist halt... Haben's die Consolieros wieder mal besser? Naja, wieso nicht? Die haben ja gar keine 64er, so... Naja, wer will den 64er spielen? Na, für großen Eroberungen oder so ist das schon ein... schöner... Ja, das... Das kann man natürlich auch so sehen Ich sag mal, sind die besser geworden? Mhm Ah, ich hab's immerhin disabled, das Fahrzeug Okay, hab ich natürlich wieder nicht gekriegt Doch, jetzt hab ich ihn gekriegt Da! Komm jetzt, 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 jetzt... Ah, da geht er da rein Oh! Der, äh... Der Monteur hat mich geholt Cool Wir müssten übrigens, auf den müssen aufpassen 4-1 sind seine Stazistik Und erster im Gegner-Team mit mehr Punkten als du Mehr Punkte als ich? Das ist doch gar nicht erlaubt Ja, das soll's nicht geben Nee, aber müssen wir, müssen wir mal ein Auge drauf haben Den immer mal ein bisschen... Wegklatschen Müsst... Ah, da ist er Nächster Angriff Ja, da ist er Ja... Ja... der beste das macht ja Spaß ja klar jetzt habe ich dann Volksverlebnis jetzt liegen genau die mit dem Basel die Ebenen auch schon mal sagen ein Ziel und einen anderen Gegner fliegen zusammen was war das denn klar ich hatte extrem leck also wenn es ist verschoben die Karte dann sind zwei Flaggen hier hinten ist ja niemand da haben wir einen auf mich zu dreht aber leicht ab den kriegt man der hat jetzt holen sie es sich wieder ja das war wohl nix was die schlagen ein sehr schön den haben wir oh dann kann ich mehr nach unten fliegen nein oh die waren knapp neben mir schon aufschlagen Demonteur hat er gut gemacht muss man sagen alles wieder demontiert jep und ist gerade mit dem mann zusammengeflogen mhm ah wurde schwer getroffen das wurde eliminiert aber komm ah dns bei Gai 7 ne bei Gai 17 hier zu eins hier zu eins oh wie sind denn die alle zusammen ich war doch gar nicht zum Remmvisieren das Problem habe ich auch mal visierst du schön an einem rum und dann pfff ist er weg manchmal ärgerlich auch ja juhu es ist ja nur ein Kilometer wow was was geht jetzt ab der schießt nicht auf mich ein Gegner ein Gegner ah der kann doch den hinter mir nehmen ja den hinter mir ja den hinter mir da war er oh die zerstört es einfach wunderbar hinter mir war doch einer ja es könnte genau treffen ja aber nicht zerstören wo ist er für sie da also oh jetzt ich leck's gerade immer mhm so ganz kurz immer mal für uns auch mal kurz schade oh der hat gar keine Gegenmaßnahmen mehr naja dann ist er weg du musst das wirklich wieder anders machen erst eine eine Rakete zünden und dann andere nachher hey in der Luft alles verschwunden Schauberei Bangai 10S Bangai mhm mhm was hech was was sollt was denn ach manchmal oh die ist jetzt schon eingenommen mhm da fliegen schon viele rum so so wir müssen uns vielleicht mal im Mittelmeer auf Flaggen konzentrieren sonst verlieren wir das ja noch das wollen wir ja nicht nja nicht ganz blöd ist nur mal wenn du wo du eine Flagge einem einnimmst und dann einer kommt der hat natürlich ein bisschen Vorteil weil der weiß ja praktisch wo du dann bist und du siehst ihn ja meistens erst spät weil du dich auf die Flagge kommen hast aber ne komm 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 der ist leichtes Ziel der hat schon nichts mehr entgegen zu setzen genau so das sieht aus mit dir das ist hier wie es mauk Namen manchmal da denkt man sich ja auch nicht nicht einschlagen nicht einschlagen nicht einschlagen hey schlag ein oh jetzt kommt es kommt es kommt es kommt es nein das ist nicht schön kommen wir immer noch die Schlager mit einher wer kommt denn die Tante Erika Tante Erika Tante Erika ja natürlich komm komm ach hat auch zweimal getroffen Mann na gut dann ganz neu ganz neu ganz ganz im Moment äh das sieht so gut aus MVP 2 schafft man auf jeden Fall vielleicht sogar naja mal sehen dort werde ich aneinander geflogen ach der war schon tot hu da kommt ja Boden C Boah da war so ein Kran auf verdammt cns äh der scheint auch sehr gut zu sein mhm ja so wie wir na gut das hat ja auch hier hat ja auch hier 100 und alles ja ja so wie wir ungefähr nur statistik bisschen statistik bisschen besser spielt halt schon länger oh nimm mal lieber hier hinten nimm mal den doch da der kommt doch grad so schön zu uns geflogen oder fliegt er weg ne er fliegt weg pfff hey der kommt ja so schön her ne doch nicht oh wir haben die Nummer A noch mit ein sehr schön oh jetzt wird schwer ja der hat ja aufs Raketenfall gleich statt oh wieder zu tief mhm also hat er gut gemacht muss ich zugeben was ist das? ach ne sag grad aus wie wieder so'n so'n sauer Vieh achso hier so'n äh Aerodactylos Ding hm das sieht doch gut aus wenn jetzt die Flagge ein bisschen hallen dann machen wir das doch Wurzelst du den mal down dort bei dir? ja warte noch einschuss brauchen jetzt ist er down so der Demonteur war's Mensch du ordentlich auseinander genommen demontiert sozusagen doch pfff Flagge so was was hier für einer ja ja hat der vom Flairen anscheinend entweder keine Ahnung oder keine Lust aber der repariert sich da drin ah der ist bei Kill100 was soll das denn aber dadurch hab ich ihn nämlich zweimal äh kampfunfähig gemacht hee wie dann hat er doch gar keine Flares hm deswegen hat er doch gar keine Flares ne der hatte ja auch nicht geflared deshalb hab ich mich ja gewundert nach welcher Raketen treffen zuerst meine hä oh aber auch ich krieg auch eine ab ja nur eine bitte nur eine bitte nur eine ja nur eine bitte nur eine ja 55% da haben wir mal Leben na komm noch einmal schießen dann ist es vorbei ach du hast den dort hinten okay mal an oh der war schon tot gut gut den hier ran hä jetzt werden getroffen einfach so ohne Vorwarnung ja das kann auch muss nicht sein dass sich die eine getroffen hat es kann auch sein dass einer hinter Schrein geflogen ist ja aber ist ja blöd aber dich dich kaputt gemacht hat das ist nämlich meistens so wenn du keinen da alle sind zu viele das Problem hatte ich auch gerade ich wollte gerade hier rausfliegen aber so richtig raus kommt man ja auch nicht ne der Schleudersitz ist leider kaputt ja oh oh mich schubts grad an der Nase da kann ich grad schlecht steuern geht mir irgendwie grad genauso ja du Aal Nasenkratz Action und jetzt gehts weiter oh der ist schön der ist höher du musst dranbleiben irgendwie an dem ja ach da den meinste irgendjemand der gejammt hat ich weiß aber nicht mehr wo er ist ich glaub das ist auch nicht ich bin grad ziemlich nah am Boden glaube ich ah der hat wieder gejammt jetzt aber wenn er nicht der die Dinger nicht dort schnell lässt ich glaub ich bin gegen die Antenne geflogen ja das war's CNS äh Last war's ah he 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 oh warte mal das ist noch nicht unter oh naja sieht gut aus das ist aber nicht unsere Bagei noch ein zweiter CNS hier mit drauf äh ja Alastia eben mhm da ja mal ja Flaggen es könnte langsam wieder für uns kommen ach da schießt einer auf oh er schießt gut ist er der Demonteur oder oder hier da Druckkampfen fähig naja jetzt ist er eh ist er eh zu Boden gegangen oh oh hier fliegen sie aber ganz schön ich hab schwere Manövrierungsprobleme neun, acht, sieben, sechs, das war's gleich he 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 Der Demonteur war's wie gesagt einer von den beiden Funktioniert das? ja komm oh ich setzte kurz auf wenn er so ganz leicht und kommst du noch hoch aber dann äh geht's trotzdem kaputt das ist das Problem wenn er so tief fliegen möchte zwölf acht mhm wir sind gut ja wir sind zumindest nicht schlecht da 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 gab's schon schlechte Runden und es gibt auch schlechtere Spieler würde ich sagen ja du fliegst nicht vor mir jetzt ne glaub nicht ich flieg hier grad mit einem Feind und dann nehmt ein fach hinter mir eh flären kann er nicht der ja auch ne sowieso natürlich ich grad extrem vorteilhaft ooooh jetzt ist der gegen irgendein und zweimal Kampfen fähig das war der mit Läscher ja der ist ganz lustig weil den kannst du halt immer ja aber das ist so relativ easy oh die treffen jetzt glaube ich Canadian Idiot naja das war der erste der also sein erster kill an mir gute Arbeit und weiter suchen ja es sieht doch gut aus alle Flaggen hey jetzt machen wir das klar hier da wird hier Mr. Demonteur aber ganz schön da aber mal lieber ne gewechselt und so ja wäre mal hier geblieben da hätte er noch einen Sieg eingefahren scheiße ich weiß gar nicht wie hoch ich bin 250 weißt du wo hier Glibberkränze ist was du für eine Glibberkränze nee jetzt fliegt er hier vor mir rum oh jetzt geht er durch ah da ist wohl CNS Bagei weg weg vom Server oder weg vom Fenster nee weg vom Fenster erstmal Server habe ich nicht gleich rumgeschossen das ist nicht der Leck äh mein gewesen äh jetzt sehe ich wieder was wie sieht es aus hier A ne B hey die können ja einfach auf mich schießen pff das macht man doch nicht Demonteur immer diese Gewalt in diesen Spielen ja hätte ich doppelt so viele Kills wäre ich auch so ein Demonteur haha was hat er eigentlich ah ist er eigentlich schon ja so hier hä rrrr naja ist gut hinter dir fliegt grad kein doch hinter dir fliegt einer warte ich häng mich ran hast du? hast du? wer ist denn erstmal in Beschuss? ja haben erstmal unter Beschuss abziehen muss? das ist sehr schön ah da ist er ja also einer zumindest hui ach ich bin gegen den Turm fliegt er lang hä scheiße Mist ich hab mich grad fast selber eliminiert durch Boden ja ich hab mich durch Turm eliminiert oh ist das der mit nem Löscher? sieht so aus ja das ist der mit dem Löscher aber wir haben übrigens den Standpunkt getreten muss man sagen weil wir lagen vor uns ungefähr 40 hinten mhm woher ganz gut vorn wir behalten ja schön die Flaggen hier das ist ja wunderbar hat hier die Flaggeneroberung geholpt oh hier hinten ist ein gut gut wir sind drei aneinander geflogen na ah das ist doch nicht nett nicht nett nicht nett nicht nett ah so treffe ich doch nichts komm 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 anvisieren ah nochmal schießen nochmal schießen hier war der Urteil muss doch mehr ha nicht geschafft Mensch du hier ist grad ganz schön was los bei A hm noch stehen wir ja ganz gut da bei uns im Team haben wir ein bisschen Abstand ach haben wir das? hm hm ich glaub das ist der mit Löscher ich glaub das ist der mit Löscher komm schon komm schon komm schon yes oh Gott oh Gott wir fliegen so viel rum Tron Star könnte es Tron Star sein der mit Löscher? könnte sein ich hab vor uns nicht auf den Namen geguckt oh hier ist noch einer mit Löscher oder ne doch ne oder wurde grad schon da angehittet ja er wurde angehittet zwar von mir ich bin grad neben die Beflogen ah jetzt ist er toll bin aber auch extrem schwer getroffen hier noch hier noch hey komm genau abniss Luftwaffe DR hat mich ah was ist denn jetzt passiert wo ist denn jetzt passiert oh Gott ich hab das Gefühl es geht gleich weg haha kaputt 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 Gegner Team ist zurzeit doch recht stark muss ich sagen punktemäßig jetzt punktemäßig sind einige ganz gut 3 sonst sind es da ganz schöne Knödel naja das ist doch immer so also jedenfalls in der Luftüberlegenheit entweder mal macht was oder macht ne zumindest ja manche können es ja auch ohne Kill auf Platz 1 schaffen ja da hat man ja auch öfters mal so einen mit 0 zu 11 oder so und dann nur mit Flaggen du ero ach ja mit seinem ECM was wird und die Tieren finden hier wow hey ey einfach vollen eingeflogen meinst du? genau oh Mist 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 das hätt ich doch eigentlich Ach komm, lass mich den doch anvisieren Ah gut, er hat ein Dings drin Trifft meine wenigstens noch? Ne, bestimmt Oh, anvisiert Oh, erfolgreich stattfinden Aber dann MG fast zerstört wurden Ne, jetzt sind's bei Hä, C? Hm, na, A wir da einnimm, ne? Ach ne, jetzt ist schon B hol ich grad B holst du grad D hol ich doch nicht Der ist schon weg Sind noch zu viel da B ist noch gar niemand D Ja, wir haben doch grad B festgestellt Den ist bei Gaia Hab ich dann doch wieder Aufgeben gezwungen Wo ist denn jetzt B? Ach, da ist B Wow, 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 wow Aber der Demonteur ist wirklich gut Das muss man sagen Ja So, wen haben wir hier drüben? Ah, aber B auch Hat jemand Gutes oder nicht so Gutes? Hier wär ja grad nicht so gut Falschen verfolgt Hm, ach hier Ragazzo Ne, Ragazzo ist Flasher und Wartel Hat er dabei Agazzo Jep Aber Tronstar anscheinend auch Könnte er Canadian Canadian idiot Hm, hat mich auch schon ein paar Mal Mich grad zum ersten Mal Bist aber ohnehin Oh, geht Ja gut, sechs fünf ist ziemlich weit unten Ah, ich soll doch nicht so lang Baa Na gut, dann kann es natürlich sein, dass er doch nicht so schlecht ist So wie wir vielleicht Äh, ja Ja Na, nein, 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 nein Na, hurry, was war das denn jetzt grade Ich glaub die schlagen noch ein Du Meis Jep Wenn die so lange kreisen, dann war der Gemma dann schon wieder weg Und das ist ein Baum Weiss Schöne Ölförderanlage Oder was es auch mal hier ist Ach, wo wir gerade bei Canadian Idiot waren, der musste leider gerade gehen. Ach so? Ja, hat gerade, äh, bis schon hier. Weiß nicht, ob er jetzt nach Hause geht, aber auf jeden Fall musste gerade, äh, zu Boden gehen. Ah, naja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, wir gewinnen noch. Wart, äh, ich die Radieschen von unten angeschaut. Naja, Radieschen wachsen hier vielleicht gerade nicht, aber... Und halt die Schneebären. Schneebären. Ah, ich hab' ich vergessen, die zweite Rakete abzuschießen. Oh Gott, ich bin im Kleber. Wo hängst du? Überall, äh, da ist niemand, da ist nichts los. Aber ich schaue mir doch Kitzel nach oben. Ja, aber hier kommt niemand hoch. Irgendwann müsste es doch wieder gehen, oder? Ja, irgendwann. Jetzt, jetzt, oder? Ja, ich komm schon ein bisschen weiter rum. Ich hab' ja immer noch die... ...die Innenansicht. Ich hab' ja wieder zurückschalten. Warum fliegt der denn jetzt weiter hoch? Wow, 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 wow. Die Rakete hat wohl getroffen, ne? ZC kann man vielleicht noch. Da kann man noch ein bisschen einnehmen oder verteidigen oder je nachdem. Huch. Ne, schaff' mal ne bisschen. Mensch, du. Meinst du nicht? Petersen. Petersen. Ne. So, ich hab' dann doch mal lieber Selbstmord bevorzugt. Und das ist... CNS Alast ist übrigens jetzt bei uns. Mhm. Aber dieser wird wahrscheinlich doch bloß ein MVP-3 werden, wenn überhaupt. Ja, bei mir wird's wahrscheinlich keiner werden. Sie... Oh, ne. Kommen die hierher? Ne, die kommen auch nicht her. Da kann man... ...C eigentlich komplett einnehmen. Boah, weil den müssen wir ja jetzt. Sonst verlieren wir das Ding ja noch. Das wollen wir ja nicht. Ne, wollen wir nicht. So, also C haben wir. So, mal B noch und dann haben wir ja wieder alle. Aber B wird ja eh grad gemacht. Nur dass der grad eben rausfliegt, wenn er fast fertig ist. Ne. Ne. Äh, ah, ah, sind sie ja... Ne, die Hulten müssen gar nicht interessiert an Flaggen. Ne. Warum denn auch? Wir haben das verdammte Einsatzziel verloren. Super. Ah. Ida Mafia. Ich hab grad einen Dragoenbaron. Ah, einen Dragoenbaron. Und Luftwaffe, der ist grad in mich reingerebbelt. Oh. Aber ich hab ihn, ich hab ihn noch gelegt. Oh, oh, ich soll er da einnehmen. Wir haben noch... Weiß ich. Sollten wir doch schaffen, oder? Was? Gewinnen. Ja. Im Stand... Eigentlich schon. Wir haben halt schon schnell. Wir haben halt auch das Level. Zack, zack. Also, jetzt... Oh, hilf bei Kill 90. Da meinte wohl wieder jemand, er müssen wir den Kill stehlen. Ah. 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 Fahrzeugkampfunfähig. Komm, geh down, geh down. Geh down. Geh down. Irgendwo brennt er. Da fliegt er doch rum, oder? Na ja, er wird schon irgendwie noch Punkte bringen, ne? Oh. Wenn wir uns nach zwei Einen machen, vielleicht noch einen MWP. Zwei. Den ist begeil, du. Ganz schön. Na, zwei bis... Drei bist ja. Ja. Aber zwei wird nichts. Zwei wäre aber viel schöner. Ja, wird aber nix. Das... Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Zu viele Punkte waren. Einsatzziel gesichert. Aufmerksam. Na, scheiße. Na mal den. Sehr schön. Sehr schön. Nein, wehe, wehe. Ach. Er klaut mir jemand noch den Kill. Im Letzt Moment. Mhm. Ach ja, wie sieht's aus? Na toll. Gerade so in der positiven Statistik. Ja, bei mir sieht's ganz gut aus. Ja, bei mir sieht's ganz gut aus. Und Spender. Hm, zwanzig. Ich hab ein zwanzig. Ich hab ein zwanzig. Warte, und was schönes dabei, da? Hey, na ja, MWP-2. Bei mir nur Standardzeug und ne Nemesis Ribbon. Oh, Nemesis. Ja. Ne, sonst doch. Wunderbare Runde 2. Wieder gewonnen. Aber vorerst haben wir doch ja auch gewonnen, ja. Ja, klar. Okay, ja, dann, äh, kommt jetzt gleich die dritte Runde, beziehungsweise morgen, wenn das heute noch seht. Also, die, die es am ersten Tag gesehen haben. Und, äh, ansonsten, bis dann. Und tschau. Und jetzt.